Gelenkschmerzen, Arthrose, Bandscheibenvorfälle, Hautprobleme, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Allergien, Demenz und viele andere Erkrankungen sind auf Darmstörungen bzw. Darmerkrankungen zurückzuführen. Doch was ist die Ursache dieser Störungen? Bleib dran, nach dem Intro erfährst du mehr? Hi, ich bin Günter und spreche heute über ein sehr wichtiges Thema, nämlich den Darm und was du tun kannst, um dieses wichtige Organ wieder auf Vordermann zu bringen. Der Darm spielt eine zentrale Rolle vieler Erkrankungen, daher ist eine Darmsanierung eine wichtige Grundlage in der Behandlung. Wenn du allerdings glaubst, dass täglicher Stuhlgang der Hinweis auf einen gesunden Darm ist, liegst du absolut falsch. Mehr Hinweise findest du hingegen beispielsweise durch die Stuhlkonsistenz, die Häufigkeit der Defekation, ob Reste des Stuhls in der Toilettenschüssel hängen bleiben, wie viel Toilettenpapier du pro Stuhlgang benötigst, die Farbe des Stuhls, der Geruch und vor allem eine mikrobiologische Stuhluntersuchung. Es wurde bereits nachgewiesen, dass alle entzündlichen Erkrankungen, wie beispielsweise ADAS, Autismus, Diabetes, Arthritis, Parkinson und viele andere Erkrankungen die Ursache dazu im Darm liegt. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparats wie Arthrosen oder Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenosen oder Demenz finden ihren Ursprung im Darm. So steuern die Abbauprodukte der Darmbakterien unter anderem die Mikroglia im Gehirn. Gerade die guten Darmbakterien, wie beispielsweise Bifidusbakterien, sind für einen gesunden Darm unerlässlich. Stimmt allerdings der pH-Wert der einzelnen Darmabschnitte nicht, so gewinnen negative Bakterien und Keime die Überhand, was zu Störungen der Darmdurchlässigkeit führen kann. Durch das Ligigat-Syndrom bzw. einen durchlässigen Darm können allergische Reaktionen, Autoimmunerkrankungen, depressive Verstimmungen, Stoffwechselerkrankungen bis hin zu Krebs hervorgerufen werden. Doch was sind die Ursachen für einen kranken Darm und was kannst du dagegen unternehmen? Die Substitution von Medikamenten wie beispielsweise Antibiotika, Schmerzmittel, Antidepressiva etc., Stress, emotionale Belastung und Ernährung spielen bei Erkrankungen des Darms selbst und bei allen anderen genannten Erkrankungen eine zentrale und wichtige Rolle. Um den Darm zu gesunden, sollte Antibiotika nur dann genommen werden, wenn es wirklich nicht anders geht. Das gilt auch für alle anderen Medikamente. Was Stress und emotionale Belastung angeht, helfen regelmäßig autogenes Training oder Meditation und Sport. Bei großen inneren Konflikten, psychischen Belastungen solltest du dir unbedingt Hilfe eines Psychologen suchen. Ein Faktor, der für mich unerlässlich und die Basis der Gesundheit darstellt, ist unsere Ernährung. Für mich stellt die basenreiche Kost das Nonplusultra dar. Dazu muss ich an dieser Stelle Werbung für mein Basenbuch machen, da darin nicht nur Rezepte zu finden sind, sondern auch wie die Speisen zubereitet werden, ohne dass dies schädliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unseren Körper hat. Falls du noch nicht mein Video zum Thema Ernährung gesehen hast, empfehle ich dir das nachzuholen. Weiterhin sollten wir in unserer Ernährung darauf achten, dass wir keine Getreideprodukte verwenden, die gentechnisch verändert oder mit Glyphosat behandelt wurden. Hoher Zuckerkonsum nährt krebserregende Zellen und attackiert unsere Leber massiv. Daher solltest du bitte Zucker stark einschränken. Sollte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bestehen, ist es ratsam, dass dies in der Ernährung berücksichtigt wird. Generell ist es bei den Erkrankungen sinnvoll, einen erfahrenen Heilpraktiker oder Naturmediziner aufzusuchen, der eine Darmsanierung durchführt, um die richtigen Darmbakterien zu verabreichen und weitere medikamentöse Mittel einzusetzen. Dies hängt jedoch von einem mikrobiologischen Darmbefund ab. Weitere Empfehlungen für den Darm findest du in der Videobeschreibung. Hat dir das Video gefallen, Daumen hoch oder falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Bis bald und auf Wiedersehen, dein Günther.